In diesem Video zur Instrumentenkunde geht es um Flöten. Flöten gehören zu den Aerophonen und werden als Holzblasinstrumente bezeichnet, auch wenn sie nicht immer aus Holz gebaut werden. Der Luftstrom trifft auf eine Kante, wodurch die Luft in Schwingung gerät. Durch das Zuhalten und Öffnen von Klappen und Löchern können verschiedene Tonhöhen erzeugt werden. Erste Flöten gab es schon in der Steinzeit vor 35.000 Jahren. Die Flöte war damit eines der ersten Instrumente und wurde in verschiedenen Formen gebaut. Die Blockflöte wird auch Längsflöte genannt und existiert in verschiedenen Größen. Von groß nach klein heißen sie Bassblockflöte, Tenorblockflöte, Altblockflöte und Sopranblockflöte. Der Name kommt von einem Block, durch den ein Windkanal entsteht. Die Luft strömte dadurch auf eine Schneidekante, wodurch die Luft in Schwingung gerät. Wenn im Orchester von Flöte gesprochen wird, dann meint man immer die Querflöte. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Traversflöte ist die Querflöte aus Metall. Sie gehört aber trotzdem zu den Holzbläsern. Eine Piccolo-Flöte ist halb so groß wie eine Querflöte und klingt eine Oktave höher. Der Name Panflöte kommt vom griechischen Hürtengott Pan. Für jeden Ton gibt es ein eigenes Röhrchen. Der Spieler bläst an die Ränder der Röhrchen und erzeugt so den Ton. Eine Okarina ist eine Gefäßflöte und wird meistens aus Ton hergestellt. Im Orchester und in der Blasmusik werden Piccolo-Flöten und Querflöten verwendet. Die Sopranblockflöte ist ein recht einfaches Instrument und deshalb ein typisches Einsteigerinstrument für Kinder.